Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Ostern ist vorbei, wir sind wieder zurück mit dem Thema des Tages. Und zwar geht es heute um Reisebüros. Im Detail geht es um eine Kooperation oder um die Kooperation zwischen den DER Reisebüros und Booking.com. Sie greifen nun auch auf das Angebot der Buchungsplattform zurück. Es wurde eine Schnittstelle geschaffen zwischen der eigenen Contentplattform VitaPortal und dem Marktführer in diesem Bereich Booking.com. Was haltet ihr davon? Sind Reisebüros überhaupt noch notwendig oder wurden sie bereits längst vom Zahn der Zeit zermirbt? Schreibt uns eure Meinung und Kommentare auf www.vodanas.de oder via Social Media. Bis zum nächsten Mal.